Warum ist mir das bitte nicht schon früher aufgefallen? Ich habe gestern erstmal die Pferde rausgebracht, Kur die Sufe gewässert und danach ging es für mich natürlich an die Stallarbeit. Und dabei habe ich die Babys eigentlich immer recht gut im Auge. Aber an dem Tag war irgendwie etwas komisch. Mir ist schon aufgefallen, dass die Pferde in letzter Zeit etwas matt gewirkt haben und ich habe dann draußen gemerkt, dass die Pferde sehr viel getrunken haben aus den Eimern. Gut, das ist jetzt an sich vielleicht nicht so ungewöhnlich, aber wenn ich alle 5 Minuten damit beschäftigt bin, die Eimer wieder aufzufüllen, dann kann irgendwas nicht stimmen. Um also auf Nummer sicher zu gehen, habe ich mir 4 Trüge geschnappt und die an die Boxen gehängt und mit Wasser befüllt. Und Tino hat selbst in der Box weiter getrunken aus dem Eimer. Sie trinken zwar trotzdem weiterhin auch aus der Tränke, aber ich biete es ihnen einfach jetzt zusätzlich auch noch an. Schaden tut es auf keinen Fall. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann folgt uns doch einfach.